Hallo und herzlich willkommen zum Blutzahnstreicheln bei Fagreipheimel mit dem alten Mann von den Schlaftabletten und wir sollen zu Ulls Höhle. In der letzten Folge haben wir uns dieses Lager hier geholt, also dieses Freudenfeuer, das letzte. Jetzt sind alle, alle, alle weg. Wartet mal. Ich habe hier noch so eine blöde Markierung, die habe ich doch nicht ohne Grund. Die anderen kriegen das gar nicht mit. Das juckt die Jungs gar nicht. Die gehen weiter. Ja, unterhalten sich über das Fernsehprogramm des letzten, des gestrigen Abends. Geil! Habt ihr das gesehen, wie der abgegangen ist? Das ist ja mal klasse. Oh, da gibt's. Oh, nö. Oder doch? Zwischen die Viechers. Ob ich die noch wieder finde? Ja, hier ist er. Seht ihr? Und meinen Pfeil habe ich auch wieder gekriegt. Das waren bestimmt die Jungs. Aber ich wollte ja zu diesem Ort hier. Hier ist ein Sack. Hier gibt's was Schönes. Hier gab's was Schönes. Ein Fisch mit Beine. Das ist aber weiter unten. Ich muss hier unten irgendwie runter. Ich will das finden. Ich wollte das finden. Und entdecken. Ich bin Entdecker. Ich hab Tumpreider gespielt. Ich komm hier nicht hoch. Ja, und ich vergesse immer, meinen Regler wieder hochzudrehen, wenn ich rumhuste. Letzte Folge auch. Na ja. Kennen wir ja schon. Komm ich aus der Grube wieder raus? Ja. Die Knochenbrechergrube. Ach hier. Hier lotsen die ihre... ihre Mammuten rein. Die sterben dann. Und dann werden sie hier zerlegt. Interessant halt. Das sieht so aus, als ob hier noch was ist. Oder täuscht das? Das ist da drüben. Gut, das täuschte. Das muss hier oben dann irgendwo sein. Hier. Die Minas-Spitze. Da haben sie alle überall ihre... Dinger hingebaut. So, es wird dunkel. Das heißt... Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ich begebe mich in Richtung Mission. Na, man könnte jetzt, wenn man Lust hat, hier noch eine Forschungsreise machen. Und sich alles angucken. Und sich alles angucken. Ich mache dann immer eine kurze Pause, um... ...den Tiger nachkommen zu lassen. Nachts hier rum zu klettern ist natürlich nicht so schön. Was ist das? Ach, das ist bloß ein Stein. Ab ins kalte Nass. Ins richtig kalte Nass. Oh, er klettert. Warten wir auf Tiger. Tiger? Tiger? Ich habe ne Idee. Tiger? Tiger? Lass mich nicht allein! Oh, Entschuldigung. Ah, da. Da ist Unzüle. Ich habe hier was gehört. Wisst ihr was? Ich hole mich mal hier hin. Wir haben ja noch unsere Geheimwaffe. Ist hier noch irgendwer? Nee. Ich weiß es nicht, warum ich den nehme, aber ich nehme ihn als erstes. So, jetzt sind die erstmal alle markiert. Ah, schon vorsichtig im Gebüsch bleiben. Im Gebüsch bleiben. Und schießen. Sollte ich mir doch mal den probieren. Wäre da schlauer. Aber jetzt unterhalten die sich beide da. Warum mal ab? Geh mal durchs Lager. Das ist am besten. Das stört die gar nicht. Abgebrühte Kerle. Echt. 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 Wo ist denn da der andere? Ich der da und schläft? Oh. Dich habe ich noch nicht, ne? Ah, da ist ein dicker. Jetzt kann er wiederkommen. Hätte ja klappen können. Ich habe nur was schwarzes gesehen. Ich wollte eben schon zuschlagen. Ah, scheiße. Ist irgendwo so ein Werfer. Ach, der da. Ah. Äh, wisst ihr was? Ich mache einen Machenwert. Ich habe ja davon. Wo ist meine Bestie eigentlich? Da. Wo bist du? Bleib doch mal hier. Ach, Junge. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. So. Oh, ich dachte. Scheiße. Wo ist denn der Typ? Ach, da. Wie viele Pfeile brauchen die? Wo ist der Tiger? Da. Ich sammle mal meine Pfeile wieder ein. Jetzt hat es mal gesessen. Halt. Da hat Holz. Wo ist der? Eine. Einer scheint hier noch rumzukriechen. Da. Steh auf. Oh. Tiger, bleib hier. Wo bist du? Da. Komm her. Hier. Nee. Nee. Das war ein bisschen komisch eben. Kriegst gleich noch was. Warte, 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 warte. So, jetzt gehen wir erstmal hier in eine Runde lupen. Wenn ich denn wieder gehen darf. Jetzt darf ich. Bevor der nicht die Waffe hochnimmt, passiert hier gar nichts. Falls ich Hartholz finde, das muss ich ja immer nicht. Ne? Ich will nochmal schauen hier. Da oben liegt noch was. Kommen wir da ran? Ach, nee. Da ist Holz. Jetzt wird wieder hell. Hier ist eine Keule. Sonst haben wir alles. Ich hab nur Pfeile verbraucht. Gut. Mal wieder fast voll hier. Ah, das kommt durchs Umschalten. Ist nicht so schlimm. Fleisch könnten wir noch gebrauchen. Das liegt hier, glaub ich. Ja, das ist mir jetzt Würstchen. So, das muss jetzt reichen. Wir gehen jetzt weiter. Tierhaut ist auch gut. Ah, hier könnte noch wieder Fleisch sein. Uns geht's gut. Mir geht's auch gut. Ich muss trotzdem die U-Damm untersuchen. Wegen gelber Blätter oder irgendwie sowas. Weil ich hab ja ein bisschen Verbrauch. gehabt. Suche in der Höhle nach Ul. Ul hatte ne Tochter übrigens. Das ist nur der eine, ne? Vorsichtig. Vorsichtig. Pssst. Pssst. was das wohl war ach das macht er jedes mal ich hätte mich verguckt schlecht von mir hätte ich nicht machen sollen nicht so laut grundsleise bist der beste ja wir durchsuchen die hülle nach uhl hast du was gefunden zeig mal was du gefunden hast das hast du gefunden das ist immer ach da guck mal man sieht die kaum und das ist wieder was was ich nicht verstehe komm weg 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 guck mal der sitzt sofort da guckt euch das an das geht doch nicht warte mal ich will dir was geben von da warte ich mir nimm mit ihm da vor hier alles wieder kann noch nicht schauen kann gar nichts machen jetzt kann ich erst gucken und wird schon wieder angegriffen hier nimm was ich durchsuche mal ich gucke mal ob wir hier was schönes haben tasche voll na gut muss auch mal sein ich dachte eben nicht dann arm komm 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 schön sparsam sein jetzt hier langsam mal Fleisch wir brauchen Holz wir brauchen unsere Pfeile wieder die vielen die ich daneben geschossen hab Tasche für Hartholz fast voll jetzt stellen wir ein paar Pfeile her ja wir recyceln ach quatsch ich wollte nur mal schnell gucken ich werde mal den einen Speer machen Feuer mögen die natürlich auch nicht genauso wenig wie ich da die gehen oben lang kommt hier wir ziehen uns zurück taktischer Rückzug wir müssen da nicht hin wir müssen nach oben wir müssen nach oben also hier lang hier geht's auch nicht wir müssen da hoch ist aber auch nur eine Nische hier nix weiter ich muss einen anderen Weg finden der ist weiter oben ne Mist wie komm ich da hin der ist doch da an der Seite hochgeklettert das kriegen wir doch auch hin na genau da ach wir sind wieder hier so Ruhe ich hab einen Punkt wartet mal wartet mal i da brauchen wir vier aber das werde ich nicht mehr schaffen wir müssen irgendwie so jetzt können wir hier in Ruhe uns mit der Höhle beschäftigen da hätte ich ich hab mich verguckt ich hab mich ablenken lassen von diesen beiden wir müssen eigentlich nur hier lang ne oder oder geht's auch da oben lang ja hier zum Beispiel hier geht es lang und hier geht's weiter hörst du das die nehmen wir uns in der nächsten Folge vor ich danke fürs Zuschauen tschüss